Solange es alles läuft, ist alles gut, aber sobald du da eine Verletzung hast oder irgendwas ins Stocken gerät, dann wird es halt kompliziert. Ich merke aber auch immer wieder, dass ich halt noch so diesen, ja, diesen Leistungsmensch in mir habe. Du quälst die Leute. Nein! Nein! Yo Freunde, was geht ab? Heute habe ich Caro und Lenny hier im Studio und ihr stellt euch jetzt einfach vor. Magst du anfangen? Ne, fang ruhig an. Ladies first. Ach, Ladies first, ja. Ja, ich bin in Tschechien geboren, Mama Deutsche, Vater Tscheche, mit zwei Jahren nach Deutschland gekommen, in Schönekaufbeuren, das liegt in Malgäu und ja, 2007 nach Leverkusen gezogen durch den Leistungssport, Hochspringerin, Leichtathletik und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Jetzt fängt's an. Jetzt geht's, jetzt geht die Stories. Wir haben uns ja im Grunde durch den Podcast vom Platini, sind wir ja aufeinander aufmerksam geworden, ne? Also ich habe mit ihm zusammen die Ausbildung bei Bayer gemacht, also es ist eine reine Sportlerausbildung gewesen, also wir Sportler hatten halt die Freiheiten mehr zu trainieren, im Trainingslager zu fliegen, aber auch gleichzeitig die Ausbildung parat zu haben, also und das ist natürlich sehr selten jetzt auch in der Zeit als Leistungssportler noch was nebenbei zu machen. Und ja, die Ausbildung haben wir zusammen gemacht, 2007, da bin ich auch nach Leverkusen gekommen, waren auch Trainingskollegen, also bei unserem Trainer Hans-Hörg, Thomas Kamp und ja, von da kenne ich ihn auch. Cool, cool. Wo kommst du da ans Spiel? Auch in Leverkusen, witzigerweise, da haben wir uns auch kennengelernt. Erstmal liebe Grüße an Platini noch an dieser Stelle, der Grund ist, warum wir hier sind letzten Endes, ein gemeinsamer Bekanter von uns, auch ich habe ihn kennenlernen dürfen, sehr cooler Mann, sehr positive Stimmung und letzten Endes auch der Grund, warum wir hier sind, genau, weil uns der Podcast mit euch beiden ganz gut gefallen hat. Korrekt, korrekt. Nur positive Vibes hier, ne? Nur positive Vibes, auf jeden Fall. Genau, dann mag ich mich auch ganz kurz vorstellen, ich bin Lennart, bin 29, werde 30 im März nächsten Jahres und komme aus dem Basketball, bin 2,7 Meter groß. Habe ich gerade schon gemerkt, ne? Genau, hast du eben schon festgestellt, größer als der Durchschnitt auf jeden Fall, was beim Basketball ja auch nicht verkehrt ist. Genau, auch Leistungssport, Jugendnationalmannschaft gespielt und recht erfolgreich gewesen, könnte man so sagen, bis dann die erste große Verletzung auch kam, mit 19 Bandscheibenvorfall und da wurde ich dann das erste Mal damit konfrontiert, so, wie soll es weitergehen und gibt es vielleicht noch eine Alternative zum Profisport oder zum Leistungssport und ja, da kam so das erste Mal das Thema Gesundheit ins Spiel, wo ich dann letzten Endes auch in die Gesundheitsschiene gegangen bin, habe dann nach der schulischen Ausbildung Fachabi gemacht, also ich bin mit 16 nach Leverkusen gezogen, wegen des Sports in eine Sportler-WG und habe dann nach der Schule eben im Bachelorstudium Sportmanagement studiert, also eine Kombination aus Wirtschaft und Sport und den Master dann im Gesundheitsmanagement und das sind so die Schwerpunktthemen. Seit End19 bin ich mit meinem Vater in der GbR selbstständig als Gesundheitsmanager und genau, das sind so die Themen, mit denen wir heute gekommen sind letzten Endes. Coole Sache, habt ihr zusammen trainiert oder habt ihr euch einfach getroffen irgendwie in der Cafeteria oder? Ja, ich muss ja so vorstellen, die Sportler in Leverkusen sind schon so, dass man sich halt irgendwie immer mal wieder über den Weg läuft, aber wir haben auch beim TSV gearbeitet im Sportverein beide und sind uns da auch häufiger über den Weg gelaufen, das heißt wir kannten uns auch schon eine Weile, bevor wir letzten Endes zusammengekommen sind, sind jetzt seit zweieinhalb Jahren zusammen ungefähr, roundabout, also März 18, genau, aber wir kannten uns schon ein paar Jahre vorher, weil wie gesagt, so die Sportler-Welt ist da doch recht klein, auch wenn wir auf verschiedenen Anlagen meistens trainiert haben. Genau, sieht man sich doch immer mal wieder. Aber ich finde es halt cool so, wenn man sich quasi in einer Area findet, sage ich jetzt mal, wo man dann halt auch gleich Interessen hat oder ähnliche Interessen hat, weil dann ist es halt so, dass man potenziell einen Partner findet, der die Interessen halt auch teilt oder der gleich denkt. Definitiv und man macht ja auch viele Kompromisse, viele Einschränkungen für den Sport eben, was eben für andere Leute oft nicht so richtig nachvollziehbar ist und wenn du eben auch Sportler bist, egal in welcher Sportart oder Disziplin du letzten Endes unterwegs bist, hast du halt schon den gemeinsamen Nenner, dass du halt sehr viel bereit bist auch zu opfern, sage ich mal, für diese Geschichte und das ist ja was, was… Das ist ein spezielles Mindset im Grunde, ne? Definitiv, ja. Definitiv, ja. Und wir sind auch direkt neben dem, also neben dem Militärischen Bund, also da dann hingezogen und sie wollte uns halt anders aufwachsen lassen. Genau, und andere Perspektiven zeigen und ja, sie wollte mal was anderes auf jeden Fall probieren und für uns war es auch dementsprechend gut. Ich war zwei Jahre alt, als wir nach Deutschland gekommen sind. Ich musste auch erstmal deutsche Sprache und tschechische Sprache lernen. Also meine Mutter hat uns, also meine Mutter und Vater hat uns zweisprachig aufwachsen lassen, deswegen ist noch die tschechische Sprache parat. Ja, das ist gut. Obwohl ich es halt nicht mehr, ich passiv eher, also aktiv eher weniger, also meine Mutter spricht mit mir ja tschechisch, aber ich antworte immer mit Deutsch zurück. Also ist man da etwas ein bisschen faul geworden, aber ich habe noch einen älteren Bruder, der noch in Tschechien lebt. Ist der gar nicht mitgekommen oder ist der wieder zurück? Nein, der ist gar nicht mitgekommen, sondern meine Mutter hat mich ja mit 40 bekommen und er ist 16 Jahre älter als ich. Okay, verstehe. Fast ein halbes Jahrhundert ist alt. Der ist mit 18,5 drüben geblieben, weil er sich auch selbstständig gemacht hat im Bereich Automobil, also Logistik in diesem Bereich und habe dementsprechend aber noch einen zweiten Bruder, der dreieinhalb Jahre älter ist als ich. Also mit ihm bin ich halt rüber nach Deutschland gekommen und mit ihm habe ich halt die meiste Zeit verbracht. Cool. Und dementsprechend waren wir auch sehr, sehr oft in Tschechien und haben halt die Familie besucht, also so hatten wir halt immer so den Kontakt. Das wollte ich gerade fragen. Also ihr habt schon den Kontakt gehalten und du hast Connection noch. Genau, definitiv. Also wir sind schon eine Familie. Ja, es ist immer schön, wenn man das, also diese Wurzeln, die man hat oder halt andere kulturelle Einflüsse, dass man die halt auch feiert so und dass man nicht sagt, so ich bin jetzt hier in Deutschland, ich darf jetzt die andere Sprache gar nicht mehr reden, sonst feiere ich auf oder so. Das gibt es ja auch oft. Wir hatten ja auch so das Problem, weil wir ja, wir sind ja nicht direkt nach Kaufbeuren gekommen, sondern waren halt in zwei, drei verschiedenen Lagern noch, bevor wir halt nach Kaufbeuren gekommen sind, also hatten auch da eine schwere Zeit, mussten erst mal von null auf hundert, also von null anfangen und alles von neu aufbauen. Auch hier das Verstehen, das Verständnis auf Deutsch, ne? Also wir sind ja in Deutschland und meiner Mutter war es halt sehr, sehr wichtig, dass wir auch auf Deutsch denken. Ja, dass du die Mentalität verstehst. Genau, die Mentalität und dementsprechend hatte ich halt, ja, ich hatte eher so Probleme damit, weil ich in jungen Jahren leider zwei Gehirnerschütterungen und einen Fehlbasisbruch erlitten habe, was es halt natürlich auch schwer hatte. Wie ist das passiert? Meine Mutter hat immer gesagt, ich bin so ein verfuschter Junge, also ich bin immer gern in der Natur gewesen, gern auf Bäumen geklettert. Hast du immer mit Jungs gespielt? Hast dich auch gekloppt? Ja, ja, also ich hatte eher so, da ich halt mit einem Bruder aufgewachsen bin. Hast du immer eine Abreibung? Definitiv. Also ich war, glaube ich, auch nicht besser. Also ich war da auch, ja, wie gesagt, ein profuschter Junge, wie es jemand gesagt hatte. Und ja, ich bin damals, das war halt noch in der zweiten Klasse, ich hatte halt in einer kurzen Zeit halt schon davor zwei Gehirnerschütterungen erlitten, weil ich halt einmal wirklich vom Fahrrad gefallen bin, dann auf dem Eis drauf gefallen bin, also mit den Schlittschuhen. Und ja, hatte halt so ein, ja, schon eine Vorschädigung, sagen wir mal jetzt so. Also das war in einer kurzen Zeit? Das war in einer kurzen Zeit und dann kam halt der Super-GAU, dass ich halt im Baum hochgeklettert bin und hab da sonst irgendwas gemacht. Wie das Kinder so machen, ne? Wie das Kinder so machen und konnte dann mich nicht mehr halten und bin dann halt runtergefallen, aber unter mir war halt Beton. Also normale Straße und da bin ich halt wirklich so mit dem Hinterkopf dann schön draufgefallen. Das waren halt schon so zwei, zweieinhalb Meter. Krass. Und wie alt warst du? Sieben, sieben, acht, zwischen die sieben und acht, genau. Und ja, meine Mutter, das war halt, meine Mutter hat mich halt nie so alleine gelassen, weil sie gewusst hat, okay, bei ihr muss man immer ein bisschen aufpassen. Da war es halt so, dass sie halt kurz weg war. Die hat mich bei einer Nachbarin gelassen und genau in dieser Zeit ist es halt passiert. Und als sie halt wirklich so eine halbe Stunde später gekommen ist, daran kann ich mich halt noch sehr, sehr gut erinnern, alles doppelt gesehen. Und ich war halt total aufgelöst, weil ich nicht wusste, wohin, ne? Und ich hab total die Orientierung verloren. Wann bist du aufgewacht? Direkt nach dem Sturz oder später? Direkt nach dem Sturz, aber ich hab alles, wie gesagt, das war, als hätte ich 2,0 Promille und ich könnte da gar nicht mehr geradeaus gehen. Und dann hat sie mich halt direkt gepackt, ins Krankenhaus gefahren und die im Krankenhaus haben auch direkt gesagt, ja, also ins MRT reingelassen und haben halt dann gesagt, okay, schlaf ja nicht ein, weil man halt beim Schädelbruch halt nicht weiß, okay, wenn man halt einschläft, kann man auch nicht mehr wieder aufwachen. Das sind halt so die Folgen, die halt entstehen können. Ja, und ich bin halt in dem Moment halt auch eingeschlafen, die haben mich Gott sei Dank wieder halt zurückgebracht. Also du hättest auch sterben können bei der Aktion. Ja, definitiv. Und ja, und ich war dann halt sehr, sehr lange im Krankenhaus. Meine Mutter hat auch sehr viele Kontakte auch nach Prag zu Ärzten, also die auch Freunde von ihr sind, die auch dann ja gesagt haben nach dem Unfall, ne? Ja, belaste das Gehirn halt nicht zu stark, versuche halt alles runterzufahren, was geht, weil in den jungen Jahren man nicht weiß, was halt für Spätfolgen dann später entstehen. Und ja, ich war halt, wie gesagt, sehr lange im Krankenhaus und durfte danach kein Fernsehen, nicht lesen, nichts, also ich … Und das in einem Alter, wo man ja auch neugierig auf alles ist, ne? Genau. Also komplett alles runterfahren, schauen, dass da ja wirklich keine Spätfolgen entstehen. Und genau also in diesem Zeitraum, also ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern, muss ich ehrlich sagen, auch was davor war in der Kindheit, also nur noch bruchstückartig. Also das hat schon so einen Bereich deiner Festplatte gelöscht, sag ich mal. Ja, genau, definitiv. Und musste danach, also meine Mutter hat mich auch extra dann nochmal wiederholen lassen, die zweite Klasse, weil das natürlich auch nicht, also keinen Sinn hatte. Hätte ja nichts gebracht, genau, hätte nichts gebracht, hätte mir nur noch mehr Probleme bereitet. Und ich hatte aber auch am Anfang sehr, sehr viele Probleme, weil mein Gehirn sich immer runtergefahren hat, ne? Also ich konnte zum Beispiel am Anfang 1 plus 1 rechnen, ne? Und höher und auf einmal dann nicht mehr nach 10 Minuten. Okay. Und in dem Moment, ja. Das war quasi überlastet dann. Genau, überlastet. Und hat dann, ist dann eingefroren. Ist dann eingefroren. Wie beim Computer. Wie beim Computer. Genau. Ich vergleiche das sowieso immer mit Computern. Genau, so sieht das aus. Und ich musste auch wieder alles neu erlernen, also wieder das Lesen, das Schreiben, weil, wie gesagt, durch die Aussetzer halt das immer wieder zurückgefallen ist. Die Erzählung von meiner Mutter immer, dass auch Schwierigkeiten auch durch die Lehrer, die es dann nicht verstanden haben, wieso das auf einmal so ist. Die damit nicht umgehen konnten, ne? Die konnten damit nicht umgehen, aber die haben auch nicht die Krankenakte durchgelesen und konnten dann auch nicht agieren. Ja. Und haben dann auch dementsprechend halt reagiert, ja, wieso, weshalb, warum, wieso ist das? Stur, ne? Genau, so richtig stur. Und anstatt halt da halt ein bisschen mehr zu helfen. Ja. Aber wie gesagt, das waren halt so Zeiten. Was musstest du denn alles neu lernen? Also du musst jetzt nicht gehen neu lernen, oder? Nein, das definitiv nicht, das konnte ich. Ja, weiß ich ja nicht. Aber so die Hauptmotorik, die war da? Die Hauptmotorik war da, aber das, wie gesagt, das wieder das Lesen, das wieder das Neuschreiben, das Rechnen, alles, genau, kognitiv, die kognitive Arbeit, die musste ich wieder alles neu erlernen. Und das hat natürlich auch seinen Zeitgebrauch. Also ich hatte dementsprechend danach halt immer Untersuchungen, immer geschaut, wie arbeitet das Gehirn, hatte auch Elektronen immer am Kopf. Also es hätte auf die schlechte Seite gehen können oder auf die gute Seite. Und mit 15 hat man mich halt nochmal getestet, weil das halt so mit 15 Jahren ist es so der Zeitpunkt, wo sich das halt nochmal erinnern konnte. Und an den Tag kann ich mich gut erinnern, weil ich habe ja schon immer den Sport gemacht. Meine Eltern waren halt Leistungssportler, meine Mutter war halt auch Sprinterin in der Leichtathletik. Und die hat aber extra auch so geschaut, dass ich halt nicht zu viel trainiere. Also immer geschaut, wie das halt in Verbindung gebracht werden konnte. Also dass es ja ja nicht überlastet wird und auch, ja, Folgeschäden halt entstehen. Und mit 15 war es halt dann so, also nach der Untersuchung, die auch sehr, sehr lange gedauert hatte, wo die Ärzte mir dann gesagt haben, ja, das ist alles in Ordnung. Also alles super. Du kannst jetzt normal wieder anfangen. Bist wieder ein normaler Mensch. Genau, ein normales Mädchen, ja. Ich weiß noch, wie ich rausgekommen bin und gesagt habe, Mama, du hast ein gesundes Mädchen mit. Da war sie halt natürlich komplett glücklich. Und ab da haben wir dann halt wirklich angefangen, auch, wie gesagt, mit dem Sport, also mehr zu trainieren, aber auch schulische Sachen. Also meiner Mutter war es auch immer sehr, sehr wichtig, dass die Schule funktioniert. Und da war halt es bei mir, dass ich erstmal alles aufbauen musste und erstmal peu à peu erstmal klar von der Hauptschule, dann zur Realschule und dann das Fachabi gemacht. Also eher so schrittweise den Weg gemacht. Du bist aber nicht stehen geblieben, sondern du bist die Stufen hochgegangen. Genau, ich bin einfach die Stufen hochgegangen, habe geschaut, was das Beste ist. Also ich hatte natürlich nach dem Unfall immer so Lernprobleme, also das, ja, Sachen zu behalten. Also war schwierig. War schwierig, ja. Ich musste immer viel, viel mehr lernen und viel, viel mehr durchlesen. Und das war halt so am Anfang das Manko, was, ja, das ein bisschen erschwert hatte. Aber wie gesagt, da muss man durch, da muss man schon also das Beste draus machen. Und, ja. War das für dich schwierig jetzt auch, was zum Beispiel Freunde angeht? Also war es schwierig, Freundschaften zu pflegen oder zu haben, weil man dich vielleicht so ein bisschen als Geschädigte, jetzt sage ich mal, betrachtet hat? Definitiv, also auch, ich meine, als Kind versteht man das ja nicht. Wenn zum Beispiel andere Kinder dich anmobben oder sagen, ja, du bist ja dumm und das versteht man am Anfang nicht. Und man sieht sich auch zurück. Also man wird ein Einzelgänger, sage ich immer. Und deswegen habe ich halt einen großen Halt im Sport gefunden und habe da halt meinen Fokus gesetzt, also Schule und der Sport, wo da, also wobei beim Sport halt, als ich ihn halt wirklich intensiv betätigt habe, haben es andere auch wieder nicht verstanden. Also wieso ich denn so viel Zeit da investiere und zum Beispiel nicht feiern gehe oder… War das auch so ein bisschen so, dass deine Mutter euch so gepusht hat als Kinder oder das auch als Ziel für euch gesehen hat, auch Leistungssportler zu werden, die Tradition weitergeben so? Ja, ein bisschen kann man schon sagen, aber erste Schule, dann der Sport. Waren schon Prioritäten. Genau, und Schule war Priorität und der Sport, wenn es dann halt leistungsmäßig aufgebaut wird, ja, aber schau immer, dass du nebenbei was machst. Also hör nicht auf, konzentrier dich nicht nur, nur auf den Sport, sondern mach auch was Schulisches, mach eine Ausbildung oder studiere. Aber meine Mutter hat gesagt, ja, schau einfach mal, wo weit, also wie weit es geht, weil der Weg, wie gesagt, der Weg ist das Ziel. Das ist auch unser Thema heute, ne? Der Weg ist das Ziel. Wir kommen gleich mal zum Lenny und wie er, äh, der schlägt gleich ein. Alles gut. Nee, aber hast du bestimmt schon hundertmal gehört, die Story. Ich hab das schon öfter gehört, ja, genau. Ich wollte noch fragen, ähm, mit sieben hast du dann halt den Unfall gehabt, ne? Und dann bis 15 war das ja dann so eine Phase so, äh, geht's in die Hose oder geht's, also bergab oder bergauf? Und wann hast du dann wirklich aktiv angefangen, dass du gesagt hast, so, ich geb jetzt Gas, so. War das erst ab 15? Ab 15, genau. Also du hast dann quasi so, so ein grünes Licht dann damit auch bekommen. Genau, ich hab ein grünes Licht bekommen, also ich hab schon davor halt, ähm, Leiterlidik immer gemacht, ähm, auch nebenbei auch andere Sportarten. Aber locker, ne? Locker, alles locker. Und ab 15 hab ich dann wirklich Gas gegeben, also dann hat ein Mann das peu à peu aufgebaut. Und dann würde ich jetzt sagen, so mit 16, 17, ähm, bin ich dann halt auch in den bayerischen Kader gekommen, da wo man halt automatisch auch dann mehr Lehrgänge, mehr Training hat, natürlich auch, äh, viel mehr in Wettkämpfe und dann halt wirklich mit 19 dann halt nach Leverkusen gezogen. Und zum TSV Bayern 04 Leverkusen gekommen und da halt ab da wirklich dann täglich trainiert. Ich hab halt auch so einen kleinen Puffer gehabt, da wir halt immer, ähm, sehr, sehr oft nach Tschechien gefahren sind, hatte ich das Privileg auch für den tschechischen Verein zu starten, also hab ich das immer parallel gemacht, ähm, musste mir natürlich auch vom, ähm, vom DLV die Genehmigung holen, dass ich auch für den tschechischen, ähm, Verein starten kann. Und so hab ich halt immer, ähm, in Tschechien halt sehr, sehr oft Wettkämpfe gemacht und da auch, äh, im Sport halt auch Freunde gehabt. Sagen wir mal so, so wahre Freunde, wo man halt dann auch merkt, okay, was überhaupt Freundschaft ist, weil man halt, wie gesagt, vorher mal als Einzelgänger unterwegs war und, ähm. Es gibt Freunde, mit denen sitzt du halt einfach irgendwie zufällig in der Klasse oder am Bus oder wo auch immer und es gibt Freunde, die finden zueinander, weil sie halt gleiche Interessen haben oder ähnliche Interessen haben. Ja, so beim Lenny, beim Lenny würde ich jetzt sagen, der hat jetzt keinen Unfall gehabt, sondern der war einfach der Größte in der Klasse. Genau, ja, ähm, war aber kein Grund, dass ich gemobbt wurde oder so, also das hab ich auch kennengelernt, Leute, die besonders groß waren. Wer will den Großen mobben? Ja, genau, das, aber es ist tatsächlich so, wenn du anders bist, dann ist erstmal, egal warum, wie du anders bist, du bist erstmal anders und da hatten viele auch, die größer waren als der Durchschnitt, die gesagt haben, ich wurde deswegen geärgert oder so, aber bei mir war es auch eher so, dass ich sage, ich glaube, die Leute hatten eher mehr Respekt, weil ich groß war. Ich hab auch noch einen großen Bruder, äh, der 19 Monate älter war, auch groß, äh, von daher, ähm, war das irgendwie nie so ein Problem für mich. Noch größer als du? Nee, ein bisschen kleinartig. Der ist 19 Monate älter, aber sieben Zentimeter kleiner, knapp zwei Meter, ich hab zwei Meter sieben, ähm, aber für mich war das nie ein Thema, ähm, dass ich das irgendwie, dass ich das negativ ausgewirkt hätte oder so, sondern ich hab's immer eher als positiv, äh, betrachtet. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann halt so die ersten, äh, Reisen selber gemacht habe, da, oder Auto fahren durfte mit 18, da kamen dann die ersten Probleme. Ähm, genauso wie Betten, ne, also die Überlänge der Betten und sowas, wenn ich verreise in Hotels oder Unterkünften oder sowas, muss ich halt immer darauf achten, dass das Bett halt irgendwie entweder unten offen ist oder ich die Matratze rausnehmen kann oder so. Ähm, das waren so Herausforderungen, ähm, ja, vor die ich irgendwann gestellt wurde aufgrund meiner Größe, so, ich hab, glaub ich, mit 16 oder so dann irgendwann die zwei Meter Marke, äh, geknackt, ne. Ähm, und, ähm, das waren Themen, aber die sind jetzt auch in meinem beruflichen Kontext wieder interessant, weil gerade so Ergonomie und sowas beschäftigt sich ja mit der menschlichen Arbeit. Ähm, und da ist halt so dieses Individuelle, ähm, wo ich halt schon oft irgendwie vor Herausforderungen gestellt wurde aufgrund meiner Größe, was, was mir dann im Job auch geholfen hat, so, drüber nachzudenken. Wo das reinfließt, ne, in den Beratungen oder auch, äh, ne. Ja, definitiv, ne. Warst du schon immer größer als die anderen? Also war das schon in der Grundschule so? Ja, schon. Ich war immer im Kopf größer als alle anderen in irgendeiner, in meiner Klasse eigentlich. Ja. Hast du, ähm, aufgrund dessen irgendwelche körperlichen Probleme gehabt irgendwann mal? Mit 19 kam der Bandscheibenvorfall, aber wo der genau herkommt, ist ja auch immer schwer zu sagen im Nachhinein. Ähm, ich glaub, da haben viele Sachen so zusammengespielt. Zum einen das schnelle Wachstum, ähm, zum anderen halt der Leistungssport. Ich hab auch schon zu der Zeit dann eben sehr, sehr viel trainiert, ähm, auch wenig Ausgleichstraining gehabt, also gerade so Rumpfstabilisation, äh, Beweglichkeit. Ähm, so Themen, die mir jetzt Jahre später halt irgendwie bewusst geworden sind, dass sie sehr wichtig sind und dass man sich auch da verbessern kann, wenn man regelmäßig was macht. War früher eher immer so, ne, ich bin groß und ich bin deswegen unbeweglich als Ausrede benutzt. Ähm, jetzt aber festgestellt, so, okay, ne, wenn du regelmäßig was machst, dann verbessert sich das auch. Und das war so ein Thema, wo ich halt zu dem Zeitpunkt halt noch andere Sachen im Kopf hatte, beziehungsweise noch nicht so weit in meiner Entwicklung war und das hat, glaub ich, da so mit reingespielt. Genauso wie diese Belastung, dass du halt, wenn du kein Fußballer in Deutschland bist und weißt, so, wenn ich, wenn ich ein Profi bin, dann hab ich auch ausgesorgt, beziehungsweise brauche ich mir nicht mehr allzu viele Sorgen machen, wenn ich in der ersten Liga bin oder so zumindest. Ähm, ist es in allen anderen oder fast allen anderen Sportarten in Deutschland ja schon noch so, dass du halt nach deiner Profikarriere auch noch irgendwie was anderes machen musst. Ja, klar. Dass du wirklich irgendwann an den Zeitpunkt kommst, so, wo du das feststellst, dass, dass es eben nicht nur das eine ist, so, dass du auch irgendwie noch was vorbereiten musst für dein weiteres Leben. Ähm, es ist sozusagen der Leistungssport oder Profisport so ein kürzeres Berufsleben im Prinzip, wo man halt schon mal so lernt, okay, ist dann spätestens mit 40 oder so meistens vorbei. Ja. Und danach kommt aber noch eine Zeit, wo man sich auch irgendwie noch was suchen muss. Über was halten muss. Über was halten muss mit einer Beschäftigung. Wenn man nicht vorher Millionen auf der Kante hinterlegt hat. So sieht es aus, genau. Interlegt hat. Und das ist halt, wie gesagt, so, ähm, nur in wenigen Sportarten in Deutschland möglich, denke ich. Wann bist du quasi zum Basketball gekommen? War das einfach so, du warst jung, äh, was macht der Junge jetzt? Der ist groß, geht zum Basketball, oder? Ja, also bei mir war es ein bisschen anders. Meine Eltern haben keinen Leistungssport betrieben, deswegen kam da nicht so viel, ähm, ja, ich sag mal so, der, der, der Gedanke oder der, das Thema so, so, ihr müsst jetzt irgendwie Leistungssport machen oder so. Ähm, aber meine Eltern waren beide früher auch sportlich und, ähm, deswegen haben wir immer schon sehr viel Sport gemacht. So, mein Vater hatte einen sehr alten Vater, deswegen war es ihm wichtig, mit seinen Söhnen halt viel Sport machen zu können. Und deswegen hat das bei uns eigentlich sehr früh angefangen, dass wir viele verschiedene Sachen ausprobiert haben und unser Vater sehr viel mit uns gemacht hat. Ich habe mit drei, glaube ich, im Verein angefangen Fußball zu spielen, wie das fast jeder hier in der Gegend gemacht hat. Ich komme aus Hilden hier, vielleicht nebenan quasi. Ähm, zwei Fußballvereine gehabt. Mit elf war es dann irgendwann so, weil ich immer ein Kopf größer war als alle anderen, dass ich nur noch so zum Kopfballtore machen da war. Und das war dann auch irgendwann zu einseitig, äh, hat mir nicht mehr so viel Spaß gemacht. Außerdem waren die Kleinen alle ein bisschen flinker, ein bisschen schneller als ich. Und dann kam eben ein Kumpel damals in der Schulzeit, äh, der gesagt hat, so, ich geh mal zum Basketballtraining, hast du nicht Lust mitzukommen? Wäre doch was für dich, ne, wie gesagt, mit dem Kopf größer. Und das hat mir dann auch Spaß gemacht. Da habe ich so mit elf angefangen, Basketball zu spielen und hatte dann einen sehr, sehr coolen Coach, der nicht viel älter war als ich, ähm, Ahmed Kaishui aus Hilden. Auch an dieser Stelle nochmal lieben Grüß, wenn er das sehen sollte, das Video, das Podcast in Folge, ähm, der mich dann eben mit 13, ähm, nach Leverkusen mitgenommen hat. Weil er selber halt, ähm, in der, in der Jugend da gespielt hat, Trainer, aber ein Hilden für uns war, ähm, und genau, so quasi mein, ja, Leistungssport-Werdegang im Prinzip angefangen hat. Coole Sache. Dass er gesagt hat, so, ich habe hier einen guten und ich könnte ihn auch in meiner eigenen Mannschaft behalten, aber ich sehe Potenzial und ich bringe den mal, äh, dahin, wo, ja, das Niveau ein bisschen höher ist sozusagen, ähm, sodass ich dann so mit 13 angefangen habe, ähm, ja, auf dem höchsten Niveau, sag ich mal, äh, dann spielen zu können oder rein stupper zu dürfen. Was sagst du denn zu dem, äh, Klischee, dass, äh, Menschen, die größer sind, sowieso besser Waxball spielen können? Boah, auf gar keinen Fall. Also grundsätzlich. So nach dem Motto, ich tue den Ball in den Korb rein, weißt du? Also klar, ich meine, die Größe ist natürlich von Vorteil so bei vielen Sachen, aber mit der Größe geht irgendwie aus meiner Sicht auch oft so eine schlechtere Beweglichkeit, eine schlechtere Schnelligkeit und sowas auch einher. Das ist einfach die Schwerkraft, ne? Ja, schon und mehr Gewicht auch, ne? Ja. Mehr Größe, mehr Gewicht in der Regel kann man das auch so, ähm, pauschalisieren. Ähm, ist dann. Erstmal so, dass da weniger Athletik ist bei den Großen häufig, ähm, aber das natürlich schon auch Vorteil ist, wenn du eine gewisse Größe hast und, ähm. Aber es kann schon jemand, der Kleinen ist, trotzdem super spielen, ne? Also sieht man ja immer wieder auch, ne? Kommt auch immer drauf an, was man da unter Kleinen versteht und wie hoch das Niveau dann letzten Endes ist, aber auch da gab's in der NBA Beispiele, wo die Spieler nicht deutlich über 1,80 waren und irgendwie ihr Ding gemacht haben. Ja, ich sag immer, äh, wenn du jetzt von der Natur so einen Vorteil bekommen hast, ne, jetzt in deinem Fall jetzt deine Größe, ne? Du kriegst das immer mit einem Preis, ne? Also der Preis ist dann, dass du halt zum Beispiel von Natur aus unbeweglicher bist oder dazu tendierst, unbeweglich zu sein. Das heißt, immer wenn du so einen Vorteil kriegst, hast du auf der anderen Seite aber einen Nachteil. Ja, oder dass du dich bei jeder Tür bücken musst und halt dann auch schnell in so eine schräge Körperhaltung reinkommst, weil du dich nicht mehr richtig aufrichtest. Das sind alles so Sachen, die bedenkt man nicht, wenn man nicht über zwei Meter groß ist, aber das sind so alltägliche Sachen, mit denen du dann konfrontiert bist, wenn's so weit ist. Und auf der anderen Seite, wie viele Leute sind zum Beispiel körperlich klein gewachsen und haben deswegen, äh, Komplexe, haben Angst, irgendwie verdroschen zu werden auf der Straße so und wie oft hat dir das geholfen, dass du halt groß bist und dadurch halt auch stark wirkst? Wie gesagt, es war schon eher so, dass ich durch meine Größe immer irgendwie einen gewissen Respekt eher hatte als, äh, ne? Allein wenn du die Armlänge, ne, wenn du einmal eine Faust gibst nach vorne. Ja klar, das ist ein Vorteil auf jeden Fall, der Jet, ja klar, wenn der sitzt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich höre ja auch daraus so die, die Herausforderung, ne, tagtäglich, also am Türrahmen bücken oder halt mit den Betten oder wie auch immer. Ja, aber das ist auch wieder jammern auf hohem Niveau, sag ich mal. Ich will gar nicht so negativ sein oder sagen, dass das irgendwie mich mega belastet oder so, aber es sind halt so Sachen, die du drüber nachdenkst. Ja, vielleicht steckst du es ja gut weg, ne? Vielleicht bist du ja sportlich, weil du ja auch sportlich bist und denkst dementsprechend auch sportlich und deswegen, äh, findest du es auch nicht so schlimm. Aber ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel andere Menschen, die vielleicht nicht so sportlich sind, die Probleme haben körperlich aufgrund ihrer Größe, die kaum die Jacke zubekommen oder sich Schnurrsenkel zubinden können, dass für die das schon ein Problem ist, gerade wenn die reisen, gerade wenn die, äh, was weiß ich, so alltägliche Sachen machen. Ja, und viele nehmen das halt auch so als, als Ausrede, sag ich mal, oder wie gesagt, ist halt auch so, wann hast du mal einen zwei Meter, einen Mann über zwei Meter gesehen, der irgendwie Handstände macht oder Wasserski fährt, so Wakeboarden geht, über die Kicker springt, so, das ist halt auch, viele machen das nicht mehr der Größe, weil sie dann die Sportlichkeit nicht mehr haben oder so, ähm, ist eher so das, oder? Oder sie sind dann halt im Basketball oder in einer speziellen Sportart und da so Experten, dass sie halt wieder keine Zeit haben für andere Sachen, was ich halt auch sehr, sehr oft festgestellt hab, so in meiner Leistungssportkarriere, dass, ähm, wenn du Basketball spielst und das halt mit voller Leidenschaft und voller Energie so, dann ist halt auch wenig Zeit für andere Sachen irgendwie da, ne? Aber da haben wir ja schon, äh, noch vom Podcast kurz drüber gesprochen, ne, dass wenn du quasi dich für eine Sache entscheidest oder in einer Sache voll Gas gibst, ne, ob das jetzt bei dir ist, bei dem Leistungssport oder bei dir, es gehen ja auch viele Sachen, äh, bleiben ja auf der Strecke, ne? Also man kann ja nicht, man kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, ne, man kann nicht alles, alle Gerichte gleichzeitig essen, man kann nicht, ne, und, äh, viele Menschen leben halt so ein Allround-Leben, ne, also nichts wirklich herausragendes, aber irgendwie überall dabei sein, ne, Party machen, gleichzeitig Schlittschuh fahren mit Freunden, gleichzeitig dies, das, was ihr macht, ne, als Leistungssportler ist ja was herausragendes, das heißt, ihr habt eine Sache, was Extremes auf jeden Fall, ja, was Extremes, so. Also inwiefern sind da Sachen auf der Strecke geblieben, wo ihr sagt, so, das hätte ich aber doch gerne mal so gemacht in meinem Leben, so, ne, aber ich konnte es halt deswegen nicht, weil ich hab, musste es aufopfern. Ja, bei mir ist das so, dass ich halt sage, Kampfsport hätte ich immer gern gemacht, das war so ein Thema, mein Vater ist mit Judo groß geworden, hat dafür immer viel von erzählt und, und war sowas, wo ich gesagt hab, irgendein Kampfsport muss jetzt nicht Judo sein, aber hätte ich auch gerne irgendwie gemacht, dafür war keine Zeit, weil ich halt nur Basketball gespielt hab, so über die Jahre, ähm, ansonsten war ich aber sehr happy da, darum, dass ich andere Sachen immer machen konnte, also wir waren früher Skifahren, so, ich hab Skifahren gelernt, Snowboardfahren gelernt, ähm, und das sind auch so Sachen, die du alleine, die dich schon wieder weiterbringen, weil du mal wieder was Neues kennenlernst, was eben viele, ja, Basketballer zu der Zeit in meiner Mannschaft oder so nicht hatten, ähm, weil sie eben nur dieses Basketballthema dann, dann gemacht haben, oder. Ja, und wie ist das so mit so Alltäglichen, war bei dir auch, also A, mit dem, mit dem Unfall dann, ne, was dann da einherging, so was soziale Kontakte angeht, wo du dich dann auf deinen Sport konzentriert hast, kann ich mir vorstellen, dass dann auch irgendwie, also wenn ich mich jetzt in dich hineinversetzen würde, dann würde ich denken, vielleicht warst du zwar happy, so, im Großen und Ganzen, aber vielleicht warst du auch einsam, so an manchen Tagen. Also definitiv, aber ich meine, wie der Lenny auch schon gesagt hatte, also auch mit den verschiedenen Sportarten, ich hab ja früher, ich komm ja aus dem Allgäu, also ich bin im Allgäu aufgewachsen, die Alpen sind direkt dann, also daneben, ich war immer früher sehr viel Skifahren, Snowboardfahren, und das ist halt auch dann durch den Leistungssport, also dann in Leverkusen auch weggefallen, ne, also auch weil es zeitlich begrenzt war, also ich war ja immer nur am Trainieren, in Trainingslagern, und, ähm, konntest auch jetzt auch nicht 600 Kilometer wieder runterfahren, also immer zu der Familie, das, da war ich auch nur immer zweimal im Jahr maximal, ich meine, ich hab ja leidenschaftlich gern, also Snowboard gefahren, und, ähm, das konnte ich dann halt nicht mehr ausüben, oder halt wirklich nur noch sehr, sehr selten, ich hab ja elf Einheiten pro Woche gehabt, das heißt, zweimal am Tag, äh, manchmal, also, das war dann schon eine hohe Belastung für den Körper, und, ähm, dementsprechend konnte ich dann auch zum Beispiel auch kein Snowboard mehr fahren, also ich hätte können, aber ich hab das vom Kopf her nicht mehr, äh, gemacht, weil ich, ja, Das wäre zu viel dann, ne? Ja, das wäre dann zu viel, und, ähm, wie gesagt, aus 2010 hat den Kreuzbandriss leider erlitten, ähm, das war auch so 2010 meine Phase, da war ich leistungs-, also, niveau-technisch übelst gut drauf. Also auf einer Höhe? Auf einer Höhe, also ich bin ja, ähm, 1,7,80 damals gesprungen, und das war dann halt meine Bestleistung im Training, halt, äh, nach ab und zu höher gesprungen, und, ähm, ich hab dann halt nach meinen, ähm, 1,7,80 den Kreuzbandriss erlitten, halt, eine Woche oder zwei Wochen später, wo wir halt dann wirklich auf größere Wettkämpfe halt hingearbeitet haben, was dementsprechend dann halt wirklich dann wieder so einen Cut bringt. Ja. Also du hast dich verletzt, und das halt nicht wenig, und, ähm, ein Kreuzbandriss heißt halt dann immer sechs Monate, also ich meine, Platini hat es ja schon auch erwähnt gehabt, dass er, aber bei ihm war es halt noch ein bisschen extremer, weil er halt noch andere Verletzungen mit dabei hatte nebendran, da ist noch ein Riss. Ja, da bist du erst mal, also, wenn du wirklich auf so einem hohen Niveau trainierst, äh, das ist ja im Grunde dein Lebensinhalt mehr oder weniger, ne? Genau, genau, ja. Und, äh, du, du weißt ja dann gar nicht mehr, was du in deinem Alltag machen sollst, ne, kann ich mir vorstellen, so. Ja, das ist halt immer so ein Mega-Down dann nach einer Verletzung auch, ne? Ja, ja, gerade als Sportler. Also ich meine, ähm, ja, damals, 2010 waren ja dann die Europameisterschaften, wo man halt schon den Fokus drauf hatte, okay, das ist so dein Ziel, da möchtest du hin, und dann passiert halt sowas, ne? Und bei mir war halt nur das Kreuzband, also ich hab das Knie gar nicht verdreht, nichts. Nur, in Anführungsstrichen. Nur. Genau. Aber, ähm, ja, es ist einfach nur gerissen, weil es einfach... Wie ist das passiert? Ich bin einfach nur Hürden, also Beidbein nicht drüber gesprungen und dann schön beim Absprung, bam, hat's richtig geknallt. Also einfach überlastet irgendwie. Genau, einfach überlastet. Ich hab damals noch meinen Trainingskollegen, den Mateusz Pritsche-Bilko, also den kennt man ja als Hochspringer, ähm, mit denen hatte ich ja zusammen das Training immer und, ähm, der hat auch dann gemeint, nebendran, also, Caro, ich hab nur noch einen Knall gehört, ne? Ach, krass, das hat man so echt... Genau, also... Das hört man laut knallen, wenn ich mal immer so bei reißen, ne? Ja, weil da halt so ein Zug ist und der Zug... Wie so ein Gummiband, ne? Genau, wie so ein Gummiband und ich lag nur auf dem Boden, ich hab mir erst mal gedacht... Boah, ich krieg jetzt schon Gänsehaut. ...was ist passiert, weil ich hab, ähm, ähm, übelsten Schmerz im Knie gehabt, als würde mir hinten die Hürde mal schön reingeknallt sein. Und ich hab dann, äh, Matthäus gefragt, ja, was ist passiert, was ist passiert? Und der so, ich hab nur einen Knall gehört, ich hab nur einen Knall gehört. Bist du weitergelaufen? Nein, ich lag dann auf dem Boden, also ich, ähm, wie gesagt, ich war schmerzverzerrtes Gesicht, ähm, ich konnte erst mal gar nichts, der Trainer kam dann auch, hat erst mal dann geschaut, okay, Sportlerin ist auf dem Boden, was ist passiert? Und dann hab ich gesagt, ja, Knie, Knie, Knie. Und, äh, ja, Matz hat Knall gehört und dann hat er schon irgendwie so ein bleiches Gesicht gehabt. Dann wusste der schon wahrscheinlich. Hat schon irgendwas geahnt, hat dann halt natürlich den Schubladentest gemacht. Das Gesicht wurde noch immer bleicher. Was ist der Schubladentest? Da zieht man, äh, den Unterschenkel nach vorne und wenn sich einen bestimmten, ähm, ja, wenn sich das zu sehr nach vorne zieht, dann ist es gerissen. Ja, dann. Weil das nicht mehr festhält. Das ist so ein erster therapeutischer Test, um zu schauen, ob das Kreuzband ist. Genau, du ziehst so dran und je nachdem, wie stabil, instabil das ist, kannst du dann halt schon, die, hast du dann schon eine Vorahnung als Therapeut, heute, ob es das Kreuzband ist oder auch nicht. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn so mehrere Leute an dir rumfummeln und sich nur so angucken und schweigen und blass werden so, dann weißt du schon Bescheid, dass das eine ernste Verletzung ist. In Leverkusen war es halt echt perfekt. Du hast die Physio direkt nebendran, du hast Physiotherapeuten. Ja, sie sind gut vorbereitet. Genau, das kennt ja Platini ja auch, hat er auch erzählt gehabt. Und ich habe das gleiche Phänomen gehabt wie Platini. Ich bin auch zu Physio gegangen und wirklich so fünf, sechs Physios an mir rumhantiert. Jeder hat nichts gesagt, alle nur noch bleich. Und dann war es halt dann klar, dass halt dann, ich konnte halt nächsten Tag, bei mir hat man es nicht direkt operiert. Und ich habe dann nächsten Tag, also erst mal einen Verband bekommen und am nächsten Tag konnte ich das Knie nicht mehr beugen, nicht mehr strecken, nichts. War natürlich halt ein Bluterguss drin, also ist komplett zugegangen und habe dann halt innerhalb von zwei Tagen dann ein MRT bekommen und ja, Frau Dressler, was haben Sie denn gemacht? Kam dann der Arzt raus und ja, komplettes Kreuzbandress, sind Sie erst mal sechs bis neun Monate raus. Was macht das mit allem? Also ich sage mal, wenn man jetzt wirklich tagtäglich trainiert, wenn man ein Ziel vor Augen hat, wo man hinkommen will und wenn das mehr oder weniger der Lebensinhalt ist, dann auch sich das Ziel zu verwirklichen und dann auf einmal bist du auf Pause. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich damals so ein Loch gefallen bin, weil vor allem die Saison, also es war in der Wintersaison und die lief ja super gut, also ich war noch nie so fit wie damals und die Wettkämpfe liefen unheimlich gut und dann passiert halt so ein Unfall. Da bist du erst mal, da sackst du erst mal rein und dann denkst du dir, okay, nach ein paar Tagen fokussierst du dich wieder, schaust mal nach innen und schaust, okay, gut, ich lasse es jetzt heilen. Ich versuche, das alles aufzubauen. Ich meine, wir haben halt sehr gute Therapeuten bei uns auch in Leverkusen gehabt und baust es wieder auf, versuchst wieder auf das Niveau zu kommen, wo du halt vorher warst. Bei mir war halt nur das Problem, ich war halt so die erste mit einem Kreuzbandriss da. Platinum war halt dann irgendwann nach mir. Ich habe das woanders operieren lassen und das haben die jetzt nicht so gut gemacht gehabt. Also die haben das Kreuzband zu steil gesetzt, sodass alles, was du vorher aufgebaut hast, muskulär, von den Sehnen aus, das halt nicht mehr gepasst hat, auch von der Belastung her. Okay. Und innerhalb von drei bis vier Monaten ist es bei einer Belastung halt wieder angerissen. Und wenn das Kreuzband angerissen ist, löst sich das halt von selber auf und wird halt direkt instabil. Also du merkst es halt wirklich beim Gehen, dass das Knie immer wegknickt. Heftig. Also das geht nie wieder richtig, oder was? Ja, du musst es dann halt wieder nochmal neu operieren. Okay. Was dann halt dementsprechend so war. Also ich habe dann weiter trainiert. Man wusste es erst mal nicht, ob das nochmal gerissen war, weil man hat natürlich auch wieder den Schubladentest gemacht. Und da meine Muskulatur so in der Tonus war, hat das alles natürlich festgehalten. Deswegen konnten die nicht direkt sagen, okay, ist es jetzt wieder gerissen. Aber nach einer gewissen Zeit, wenn du halt immer beim Training merkst, okay, das Knie läuft immer dick an und du merkst halt immer einen stechenden Schmerz, da kann irgendwas nicht stimmen. Ja, dementsprechend wieder eine Atrofaktion, Aproposkopie machen lassen. Ja, Kreuzband ist weg. Und innerhalb von der kürzesten Zeit, also es war alles so innerhalb von einem Jahr, hat man natürlich dann nochmal das Kreuzband operiert. Und dementsprechend auch dann wieder woanders. Eine andere Sehne genommen. Also wie gesagt … Also aus einem anderen Körperteil, wo haben die das ausgenommen? Beim ersten Mal war es halt die Semitillinosussehne. Also sie läuft hier, der Schnitt ist halt unterhalb des Knies. Ja, bei dem anderen Bein. Oder ist das dasselbe? Das ist dasselbe, genau. Das ist dasselbe Bein. Bei der zweiten OP hat man die Quadrizepssehne genommen, das heißt hier oberhalb des Knies. Die wurde rausgezogen? Ja, also ein Teil von der Quadrizepssehne wurde rausgenommen und dann halt als Kreuzband … Ersatz gemacht, genau. Und ja, mit Nägeln dann halt noch schön befestigt gehabt. Das hört sich aber echt … Und so viel zum Thema positive Weiß, du reden die ganze Zeit nur über Unfälle und Verletzungen. Nein, nein, ich meine nicht nur eklig so, das ist ja eine Sache, aber das hört sich so zweckmäßig an. Da haben die da irgendwie eine Sehne rausgenommen. So, das hörst du an, so gerade eben noch retten, dass das Mädel noch irgendwie funktionieren kann oder so. Ja, das ist oft auch so, dass im Körper halt irgendwie so Sachen sind, die man dann halt bei so Verletzungen ganz gut gebrauchen kann. Besser, als wenn man so Fremdsachen einbaut oder halt einfach nur irgendwie wieder zusammennäht. Das wollte ich gerade fragen. Gibt es da nicht irgendwie so einen Keilriemen für Sport, den man da so rein spannen kann? Oder Gummiband-mäßig, prothesentechnisch oder so? Man könnte theoretisch, wenn man halt keine Sehnen mehr zur Verfügung hätte, könnte man halt natürlich aus so Schweinesehnen nehmen zum Beispiel. Nehmen sie auch ganz so oft tierische Sehnen, aber da halt vom eigenen Körper halt die Durchblutung halt besser ist. Die eigenen Sehnen nimmt man natürlich immer gerne vom eigenen Körper. Da ist halt natürlich die Gewissheit, dass es halt dann besser anwächst und besser halt funktioniert, halt größer. Und ja, aber dementsprechend, ich meine, was ich auch da sagen wollte, also klar, man hat diese Verletzungen, aber man versucht immer wieder, ich meine, man hat so den Schweinehund, also den, ich bin halt so eine kleine Kampfsau, würde ich mal so sagen. Also ich lasse mich da nicht unterkriegen. Ich versuche mal so das Beste rauszumachen und schauen, ja, wie geht es denn voran? Also im ersten Jahr hast du natürlich die super Motivation, da halt noch wirklich weiterzumachen. Ein Comeback, ne? Ja, so ein Comeback zu machen und beim zweiten Mal, okay, wird das ein bisschen gedämmt. Also da macht man sich schon mehr Gedanken, wie geht es denn jetzt weiter? Das Beste war ja, dass ich ja das Kreuzband zum dritten Mal noch operiert hatte. Also ich war ja wieder, also leistungstechnisch wieder, also auf einem guten Niveau. Also nach dem zweiten Kreuzband drin, hast du dann wieder es angehen lassen? Genau, ich habe es wieder angehen lassen. Ich habe es auch verheilen lassen. Also ich habe dann ungefähr so zwischen neun und einem Jahr wieder angefangen, wirklich gut zu trainieren. Aber das Kreuzband hat halt auch immer so Phasen. Also man muss immer so die Drei-Monats-Phasen halt immer abwarten, weil sich in diesen drei Monaten, drei, sechs und neun Monaten sich das Kreuzband immer halt ein bisschen verändert, von der Struktur her. Okay. Es wird dann halt mit neun Monaten halt auch dann fester und belastbarer. Und ja, als ich mir das dritte Mal das Kreuzband geküssen habe, da war ich im schönen Südafrika im Trainingslager und habe da halt ein paar, also Weitsprünge gemacht, ein paar Utilisationssprünge halt nach dem Krafttraining. Und der Sand war halt sehr, sehr hart und ich bin da halt sehr schlecht reingesprungen, also gelandet. Und dabei ist mir halt das Knie komplett wieder weggegangen. Und ich habe danach auch wieder gemerkt, oh, okay, da ist irgendwas kaputt gegangen. Wollte aber natürlich nicht zurückfliegen, weil ich mir gedacht habe, nein, jetzt bin ich schon im schönen Südafrika. Und ja, habe da halt noch so andere, also das Training halt anders gestaltet, bis ich dann halt, bis wir zurückgeflogen sind, ich zum Arzt gegangen bin. Und ja, der gesagt hat, ja, das Kreuzband ist noch am seinen Faden da, aber du hast wirklich zwei ausgestanzte Löcher im Knorpel drin. Man muss auch selber entscheiden, was macht man denn jetzt? Will man das denn noch weitermachen? Oder schaut man halt weiter? Was könnte ich jetzt am besten daraus machen? Aber klar, also ein Sportlerherz, das will natürlich immer. Das will, das will. Und dann habe ich mich halt selber kundigt, selber also nach dem Arzt geschaut und in der Nähe von Chiemsee, also Bad Aibling, einen super tollen Arzt gefunden, Jüngeren, der halt selber Alpinen-Skifahrer war, also Leistungssportler, der sich natürlich mit Kreuzbandern auskannte und war halt bei ihm und der hat halt direkt gesagt, ja, was willst du, ne? Also, du hast zwei Löcher, das Kreuzband, okay, müssen wir mal schauen, aber wir müssen erstmal eine Knorpeltransplantation machen, und erstmal die Löcher stopfen, füllen. Und dann hat er auch gesagt, ja, du kannst dich jetzt operieren lassen. Ich meine, du hast, ich habe ja überhaupt keine Schmerzen gehabt, das war ja das Phänomen. Also, ich habe keine Schmerzen gehabt, aber er hat gesagt, ja, willst du dich jetzt operieren lassen oder erst in fünf Jahren und willst dann halt ein künstliches Knie riskieren? Ich so, okay, ich bleibe hier, wir können auch jetzt operieren. Und dann bin ich halt in der Klinik geblieben, die haben eine Knorpeltransplantation gemacht. Woher? Von wo? So seitlich von Oberhalb des Knies. Also schon wieder von... Ja, vom Knie wieder. Ja, mein Knie sieht auch super aus. Total vernarbt, aber... Ja, so sieht man nichts, aber... Das ist extra das andere offen gelegt. Also Narben erzählen Geschichten, sage ich immer dazu. Und ja, und dabei halt entdeckt, dass das Kreuzband wieder weg ist. Deswegen war ich auch sechs Monate halt unten, also zu Hause, habe bei der Mama gelebt und war halt lange auch im Krankenhaus. Du warst bestimmt down, ne, zu der Zeit? Ja, weil, wo er mir erzählt hatte, ja, wir haben jetzt entdeckt, ja, das Kreuzband ist weg, ja, Leistungssport kannst du vergessen. Hast du denn bis dahin irgendwie eine Ausbildung oder irgendwas angefangen? Ja, also die Ausbildung bei Bayer habe ich gemacht. Ja, hast du ja erzählt, genau. Genau, habe dann zwischenzeitlich noch ein FSJ im Sportbereich gemacht, bin aber dann auch beim TSV Bayer, also in der Bürotätigkeit geblieben, also Prävention im Freizeitbereitensport und habe da halt sozusagen auch so einen kleinen Halt gehabt. Auch neben dem Sport konnte da halt auch mir die Zeit nehmen, mich halt auch in Ruhe halt operieren zu lassen. Also das Verständnis war da. Und wie gesagt, nach drei Monaten hat man dann das Kreuzband nochmal gemacht. Ja, und dann habe ich einen normalen Aufbau gehabt, war einwandfrei. Also der Arzt hat sich selber auf die Schulter geklopft. Du kannst jetzt eigentlich den Leistungssport weitermachen, wenn du möchtest. Klar, du kannst jetzt wieder anfangen, aber ich meine, man wird ja nicht jünger. Ob das noch Sinn macht, ne? Genau, ob das noch Sinn macht, genau. Habe dann auch dementsprechend auch ein bisschen weitergemacht, aber irgendwann, wenn du am Anlauf stehst... Du fängst ja auch immer wieder neu an, ne? Genau, du fängst immer wieder von null an. Wie alt warst du noch? Also als der Erste passiert ist 22 und der Letzte halt mit 24, 25 Jahren, genau. Und das ist halt so ein Alter, wo halt auch natürlich die jüngeren Athleten heranschreiten, sage ich mal. Und da ist natürlich, du musst halt mehr arbeiten. Und habe ja irgendwann das Gefühl verloren. Also zwei, drei Sprünge ging und beim vierten Mal habe ich komplett das Gefühl verloren. Also ich stand am Anlauf und wusste halt jetzt nicht weiter. Und das war für mich das Zeichen, okay, jetzt ist es soweit. Jetzt ist die Zeit, jetzt ist Ende. Also wenn, ich meine, das darf ja beim Wettkampf überhaupt gar nicht passieren. Und dann bin ich auch direkt zum Trainer gegangen und habe gesagt, nee, jetzt ist es vorbei. Ich habe mich da halt von einem Tag auf den anderen entschieden, weil ich gesagt habe, okay, will ich denn jetzt weitermachen? Aber der Körper hat dir das Signal gegeben. Genau, mein Körper hat mir das Signal gegeben und ich habe auch meinen Körper dann gehört und habe dann gesagt, nein, also du musst dich andersweit fokussieren. Du wirst ja dann noch später noch dich normal bewegen können. Genau, so sieht es aus. Den Trainer hat es natürlich geschockt, weil ich mich so schnell entschieden hatte, aber hatte natürlich auch sehr, sehr Verständnis und ja, habe mich dann auch anderweitig dann halt umgesehen. Ich meine, ich habe ja auch immer, war halt immer sehr künstlerisch begabt und habe geschaut, okay, was machst du denn, was könntest du zum Beispiel in den Bereich machen? Also so deine andere Leidenschaft. Und habe dann halt auch 2016 dann halt mit dem Mediadesignstudium angefangen in Düsseldorf und habe da jetzt auch dreieinhalb Jahre, einen Tag vor Corona, meinen Bachelor gemacht. Ja, korrekt. Hauptsache, du hast ihn in der Tasche. Genau, ich habe ihn in der Tasche, Gott sei Dank, und habe da halt wirklich so mir einen anderen Weg gesucht und auch gefunden. Das Kämpferische ist ja geblieben. Ja, das Kämpferische. Also ich glaube, das hat man auch so durch den Leistungssport, das bekommt man, also diesen Ehrgeiz, diese Disziplin. Und darum geht es ja auch im Leben, wenn ich jetzt mal wieder einhalten darf nach einer halben Stunde hier. Der Lenni, der ist schon heiß. Ich sitze hier schon wieder und schweige die ganze Zeit. Auf weißen Kohlen. Ein bisschen im Lava-Fleisch. Mit dem Bandscheibenvorfall, ne? Ja, das war so meine erste große Verletzung. Ich hatte vorher immer mal so Fußgelenksprobleme, ist beim Basketball auch so ein Klassiker. Du landest auf dem anderen Fuß, Bänderrisse ohne Ende gehabt. Das ist auch so die Frage der Spätfolgen so, wie wird es irgendwann mal aussehen mit 50, 60, meine Fußgelenke. Das war aber immer so, das ist immer so sechs Wochen, sage ich mal, anderthalb Monate maximal Pause und dann geht es weiter. Also es ist nicht so heftig jetzt, ne? Ja, genau. Und dann war so der Bandscheibenvorfall die erste heftige Geschichte. Aber da weißt du auch nicht, woher das gekommen ist? Ne, ich glaube, das war eine Kombination aus vielen Sachen. Wie gesagt, so dieses fehlende Training der Rumpfuskulatur, aber auch Stress und psychische Geschichten. Weil es ja dann auch so ist, es ist nicht nur der Leistungssport, sondern du hast auch noch alle anderen Herausforderungen oder Thematiken, die alle anderen Menschen in deinem Alter auch haben, wie Schule, Familie, Freunde, die da noch mit reinspielen. Und wenn das dann halt irgendwie, solange es alles läuft, ist alles gut, aber sobald du dann eine Verletzung hast oder irgendwas ins Stocken gerät, dann wird es halt kompliziert und dann ist es halt vielleicht ein bisschen viel. Und das war dann vielleicht bei mir in der Zeit auch gerade so mit 19, dass ich nicht wusste, wie geht es weiter in meinem Leben, eben wenn ich kein Profisportler werde, was dann auch langsam irgendwie halt so ein bisschen fraglich war, ob ich damit meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Aber aufgrund dieser Verletzung? Ja, also ich sage mal, ich glaube, ich hätte schon das professionell betreiben können, aber es wäre so, dass ich nicht herausragend oder so gut gewesen wäre, dass ich davon hätte irgendwie finanziell aussorgen können oder so. Und deswegen war für mich schnell der Gedanke so, du musst auch noch irgendwie was anderes machen. Und halt auch von familiärer Seite und so, wie gesagt, keine Leistungssportler, meine Eltern, war auch immer so, mach was Vernünftiges, so, geh in die Schule und lern was. Und das war halt auch so etwas, was gelitten hat durch den Leistungssport. Wie gesagt, ich bin mit 16 halt nach Leverkusen gezogen, auch ein Schulwechsel von Gymnasium aufs Berufskolleg, weil es eben schulisch nicht mehr so gut lief. Wenn du halt nur Basketball im Kopf hast und dann halt irgendwie mit Öffentlichen von Hilden nach Leverkusen, bin ich damals, glaube ich, irgendwie eine Stunde, anderthalb oder so gefahren, dann manchmal zweimal am Tag trainiert. Das heißt dann vier Stunden Trainingseinheit, dann wieder anderthalb Stunden nach Hause. Das heißt, ich hatte halt nach der Schule teilweise sechs Stunden, wo ich unterwegs war, nur für den Sport. Und dann hast du halt auch keine Lust mehr, dich noch an Hausaufgaben zu setzen oder so. Ja, verständlich. Setz deine Priorisierungen und dann war das halt so ein Thema, wo es bei mir dann auch neunte, zehnte Klasse irgendwie stark bergab ging. Was ich noch dazu sagen wollte mit den Verletzungen, ist ja so wie im wahren Leben so. Du hast immer mal Schicksalsschläge oder Rückschläge, wo es immer darum geht, so wie gehst du damit um und was ziehst du auch daraus? Wie stehst du wieder auf? Also es geht irgendwie für mich aus meiner Sicht immer darum, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Am besten noch irgendwo hinzukommen, besser als vorher zu werden. Wie das besser dann irgendwie definiert ist, ist immer noch deine Sache, sage ich mal. Aber für mich geht es immer wieder darum, schnell aufzustehen und sich auch nicht zu lange so mit diesen negativen Sachen zu beschäftigen, sondern eher zu gucken, wie komme ich wieder auf den Dampfer und wie komme ich wieder in den Flow. Auf jeden Fall. Immer weitermachen. Immer wieder in den Rhythmus, in den Flow kommen, ist so das, was ja auch im Normalleben so ist, nicht nur im Leistungssport. Ich meine, jeder kennt das so, immer Phasen, wo es gut läuft, wo es nicht so gut läuft. Und letzten Endes sich dessen bewusst sein und das Beste daraus machen und irgendwie so probieren, die positiven Sachen immer rauszuziehen. Gerade bei Corona aktuelles Thema, ist ja auch so ein Ding so, man flucht nur irgendwie super negativ behaftetes Thema. Aber letzten Endes ist auch das was, wo man sich aussuchen kann, womit beschäftige ich mich. Ja, genau. Ein Risiko oder eine Krise bietet auch immer Chancen. Auf jeden Fall. Und sich dann eher so auf diese Seite zu konzentrieren. Besonders für Amazon, ne? Genau. Ja, oder auch so Plexiglasscheibenhersteller oder die Telekzionsmittelhersteller haben, glaube ich, auch ganz gute Umsätze gehabt die letzten Monate. Aber ja, es gibt da immer auch Gewinner und Verlierer. Aber letzten Endes, wie gesagt, es geht immer um die Perspektive und für sich das rauszuziehen, sodass man halt sich nicht zu sehr mit den negativen Sachen beschäftigt, sondern immer so das Positive versucht zu fokussieren und rauszuziehen und weiterzumachen, aufzustehen. Ich meine jetzt auch die Sache mit Corona. Siehst mal, als Eisberg, ne? Wir sind auf der Titanic. Entweder fährst du da volle Pulle gegen oder machst halt einen Bogen rum, ne? Ja. Du kannst den nicht wegzaubern, so, ne? Ja, das ist genau das so. Manche Dinge kann man halt nicht ändern. Und wenn du weißt, dass du es nicht ändern kannst, dann geht es halt darum zu verstehen, so das Beste für dich rauszuziehen. Genau. Was kannst du ändern? Was kannst du ändern, genau. Das bist du selbst meistens, ne? Du kannst dich selber ändern. Definitiv, ja. Und das, genau, das ist ja auch im zwischenmenschlichen Umgang letzten Endes so. Wenn du Leute hast, die sagen, alle sind doof, ich hasse alle Menschen, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass derjenige auch irgendwo unzufrieden mit sich selber ist. Dass er selber doof ist, ne? Das hast du jetzt gesagt, ja. Ne, aber letzten Endes ist es ja schon so. Generell jetzt, wenn man Sport gemacht hat, das gibt einem auch so eine Disziplin fürs Leben, also für alle anderen Bereiche. Disziplin auf jeden Fall. Also du lernst eine Menge Disziplin im Leistungssport und auch so dieses Wiederaufstehen, dieses Kämpferische und auch die Niederlage so. Die erste Niederlage kommt irgendwann so. Egal, wie gut du bist, irgendwann kommt die erste Niederlage. Und das ist auch wieder der Umgang damit, so das Entscheidende. Genau. Das Gegnerteam hat irgendwann mal mehr Körbe geworfen. Ja, und letzten Endes im Sport ist das ja oft ein Fünkchen so. Das kann ja auch die Tagesform sein, die dann darüber entscheidet, wer das Spiel gewinnt oder nicht. Und dann halt so, wenn du zu lange irgendwie traurig bist, weil du das Spiel verloren hast, dann werden auch die nächsten Spiele nicht gut. Genau. Da geht es ja auch immer wieder darum, Du wirst dann überrannt. im Hier und Jetzt zu sein, sich wieder auf das nächste Spiel zu konzentrieren und im Mindset wieder quasi auch aufzustehen und letzten Endes das, was man lernt und was das Positive auch am Leistungssport ist. Weil zwei Seiten der Medaille, das hat immer alles Vor- und Nachteile. Wir haben jetzt schon über Unfälle und Verletzungen gesprochen. Das ist auf jeden Fall was, wo wir im extremen Bereich auch wieder sind. Der Körper wird extrem belastet und da gehen dann halt eben auch oft Überlastungsverletzungen oder Unfälle mit einher. Aber es gibt eben auch sehr, sehr viele positive Sachen, die der Sport einem gibt. Und das ist halt, ja, bei mir Mannschaftssport halt auch nochmal so dieses Teamgefühl, was mir sehr, sehr viel auch gegeben ist. Das Kollegiale. Das Kollegiale so. Aber auch Disziplin, Ehrgeiz. Das Ding ist ja, wenn jetzt jemand, der interessiert ist an Leistungssport oder an Profisport, und der hört das jetzt, oh, irgendwann kriegst du halt so einen, was weiß ich, Kreuzbandriss oder was auch immer. Lohnt sich das, das überhaupt zu machen, wenn da so ein hohes Risiko ist? Was würdet ihr sagen? Bereut ihr das? Also bereust du das zum Beispiel? Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das gehört halt dazu. Das ist halt wieder auch was Extremes so. Wir sind da wieder im extremen Bereich und da gehören auch mal extreme Verletzungen zu. Aber es ist doch trotzdem klug, immer sich einen Plan B noch mitzuhaben. Also wenn du jetzt zum Beispiel keine Ausbildung gemacht hättest oder nicht irgendwie einen Plan B hättest, oder auch du, dann wäre es ja schon fatal, wenn man jetzt alles auf eine Karte gesetzt hätte. Ja, schon. Auf der anderen Seite musst du auch wieder sagen, dass das vielleicht auch genau der Hinderungsgrund war. Also die Leute, die alles auf eine Karte setzen, haben natürlich auch eine viel größere Chance, sage ich mal, damit dann erfolgreich zu werden, weil sie halt alles andere drumherum ausblenden. Aber wenn du halt eine Familie hast, die sagt dir, du musst Schule machen und du musst danach noch ein Studium machen oder so, dann ist das ja auch wieder was, was irgendwie Druck erzeugt oder irgendwie. Das ist schon ein Risiko dann. Ja, voll. Und da ist halt, wie gesagt, irgendwann fängst du halt an abzuwägen, wenn dann auch dieses Wirtschaftliche mit reinkommt, wenn es eben dann nach der Schule darum geht, auch irgendwie sich um den eigenen Lebensunterhalt zu kümmern. Letzten Endes. Kannst du ja auch gar nicht beeinflussen, wann du halt eine Verletzung hast oder nicht. Oder ob du überhaupt so eine schwerwiegige Verletzung hast. Ja, gewissermaßen schon. Du kannst es halt vorbereiten. Das ist ja wieder die Gesundheitsprävention, in der ich jetzt auch unterwegs bin. Bis dahin war eigentlich auch Basketball für mich immer so mein absoluter Traum und mein Ding. Dann kam aber das wirtschaftliche Thema so mit dazu. Und das hat auch wieder nochmal für so ein bisschen Druck oder irgendwie auch so ein bisschen, ja, so einen Schatten auf das Ganze geworfen. Weil du denkst vorher halt nicht dran so, ich will damit Geld verdienen oder reich werden oder so, sondern für dich ist halt so, ich will der Beste sein in dem, was ich mache. Und ja, das ist aber irgendwann nicht mehr alles, weil dann irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du dann halt letzten Endes auch deine Miete bezahlen musst oder von irgendwas leben musst. Und ja, das war dann halt bei mir, war Basketball dann irgendwann noch so ein Nebenjob, sage ich mal. Ich habe immer Geld nebenbei damit verdient und das war halt super zu Studienzeiten. Du hast gespielt und hast Geld gekriegt. Ja, und trotzdem aber auch viel Verpflichtung. Ich sage mal so dreimal die Woche Training, einmal Spiel, vier Termine die Woche, plus Studium, plus Arbeiten. So ist halt schon viel, was auch zusammenkommt und wo wieder wenig Zeit für andere Dinge bleibt. Aber trotzdem, du hast eben ja schon gefragt, ob ich es irgendwie bereue oder so. Genau. Ganz und gar nicht so im Nachhinein. Im Nachhinein sage ich, es hat mir super viel gegeben. Ich bin im Sport super viel rumgekommen, habe super viele gute Menschen über den Sport auch kennengelernt und absolut positiv im Nachhinein. Auch wenn es Niederlagen gibt, das Wichtigste ist, dass man das nicht als Niederlage oder Verlust sieht, sondern dass man das als Erfahrung sieht. Du gewinnst Erfahrung, du kannst gar nicht verlieren. So sieht es aus. Und da sind wir auch wieder beim Spiel des Lebens, wie es so schön heißt. Du kannst das Spiel des Lebens nicht gewinnen, du kannst es nur spielen. Fand ich auch einen ganz interessanten Satz, den ich vor kurzem wieder gehört habe. Der es auch ganz gut trifft letzten Endes, finde ich. Weil das ist auch im Leistungssport so, da gibt es auch immer, haben wir auch schon eben drüber gesprochen, es gibt immer einen der Besseres als du. Genau. Und es gibt immer so dieses Gewinn letzten Endes, das gibt es auch nicht, weil irgendwann kommt wieder jemand, kommt der Nächste oder es geht irgendwie weiter. Es gibt immer einen größeren Fisch. Es gibt immer einen größeren Fisch im Teich. Und der größte Konkurrent bist du selbst. So sollte es auch sein im Idealfall, denke ich auch. Genau. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, worauf ich hinaus wollte. Kurz den Faden verloren. Omega 3. Lass mich kurz überlegen. Sollen wir einen Cut machen oder sollen wir es drin lassen, dass wir uns kaputt lachen später? Das können wir noch überlegen. Ich finde den Faden noch gar nicht wieder. Was war gerade nochmal der letzte? Ich finde, dass du halt dein eigener größter Konkurrent bist und dass du dich gar nicht mit anderen vergleichen sollst. Es kann ja sein, dass ein anderer ganz andere Talente hat, von Geburt an oder Voraussetzungen oder reiche Eltern oder was auch immer. Und wenn du dich mit demjenigen vergleichst, dann ist es wahrscheinlich oft falsch, weil jeder ist individuell, jeder hat andere Voraussetzungen. Ja, das stimmt. Und es kann sein, dass jemand anders zum Beispiel von Natur aus bessere Muskelstruktur hat beispielsweise oder stärkere Kreuzbänder, was weiß ich, die weniger reißen einfach von Natur aus. Und es ist halt schwierig, weil irgendwo ist es ja trotzdem ein Konkurrenzsport, beim Basketball ja auch. Aber letztendlich muss man das, glaube ich, so auf zwei Ebenen sehen. Also einmal so die Ebene so, ich muss natürlich mit den anderen, bin ich in Konkurrenz so, um meine Medaillen abzustauben, um irgendwo in der Rangliste zu stehen. Aber auf der anderen Seite darf man sich selber auch nicht verrückt machen, wenn man alles gibt und dann trotzdem da irgendwie nicht hinkommt. Und das ist natürlich im Einzelsport nochmal viel intensiver als im Mannschaftssport, weil da ist ja wirklich auch deine Leistung, von der alles abhängig ist sozusagen. Also bei ihr wäre es so, bei dir wäre es so intensiver. Beim Basketball ist es halt nochmal so, du bist halt zu Fünft auf dem Feld und zwölf Mann im Team. Das heißt, du hast halt immer nur irgendwie ein Fünftel oder ein Zwölftel, das du beiträgst sozusagen. Das ist halt nicht nur komplett von deiner Leistung abhängig, aber es kann natürlich von deiner Leistung abhängig sein. Das Team ist immer nur so stark wie das schwächste Glied in der Kette sozusagen. Aber es verteilt sich mehr. Du feierst die Erfolge zusammen als Team, aber auch die Niederlagen steckst du zusammen weg. Und das ist halt schon was, was das Ganze, glaube ich, ein bisschen einfacher macht letzten Endes. Aber ja, wie du schon sagst, der Vergleich ist, glaube ich, auch häufig was, was nicht gut ist, wenn man sich zu viel vergleicht. Es gibt immer einen, der irgendwas besser kann als man selbst. Und damit macht man sich häufig unzufrieden. Deswegen geht es für mich auch eher darum, so Selbstreflexion zu betreiben und zu gucken, was sind meine Stärken und darauf sich auch zu feiern sozusagen. Genau. Man muss sich selber lieb haben. So ist es. Und man muss auch nicht sein wie jemand anders. Man kann auch anders sein und sich darauf feiern sozusagen. Und das macht einen ja auch besonders. Das ist halt auch so. Ich sage auch auf jeden Fall, ich bin auch besonders und anders. Ist so. Jeder von uns ist besonders. Man muss es nur erkennen. So sieht es aus, ja. Ich sage auch immer, auch jetzt so beim Fotografieren oder so, wenn einer sagt, ja, ich sehe aber nicht so gut aus wie der und der. Du siehst halt auch auf deine Art gut aus. Ich sage mal, wir sind so wie Obst. Ich vergleiche das immer mit, das hört sich bescheuert an. Aber so, jeder mag einen anderen Geschmack. Der eine mag Bananen, der andere mag Birnen, dies, das. Und ist alles relativ, ne? Definitiv. Und die perfekte Banane ist ja, die perfekt aussieht, ist ja auch nicht die perfekte, weil die wurde ja wieder irgendwie tausendmal bearbeitet oder so. Das heißt, die wirklich gesunde ist ja die, die gar nicht so. Das nicht perfekte ist ja gerade perfekt. Ja, so sieht es aus. Aber was habt ihr quasi jetzt aus dieser Vergangenheit mitgenommen in eurer jetzigen Tätigkeiten? Oder habt ihr dann einfach einen Cut gemacht? Kompletten Cut habe ich ja nicht gemacht. Ich war ja noch einmal beim TSV als Trainerin zuständig für die Jugend. und habe da halt meine Erfahrungen halt den Jugendlichen halt weitergegeben. Und mittlerweile sind wir halt auch 2019 nach Hahn gezogen. Ja. 2019 noch. Aber die Hausnummer sagt ihr jetzt nicht, ne? Die Hausnummer sagen wir nicht. Aber wir können auch dazu sagen, dass wir einen großen Dobermann zu Hause haben. Also wer vorbeischauen möchte. Genau, und da bin ich halt dann auch in der Leiterweg geblieben, halt auch als Trainerin. Und was ich halt super toll finde, dass ich halt meine Erfahrungen, die ich halt erlebt habe, halt meinen jungen Athleten, weil ich habe eine Wettkampfgruppe bei uns zu Hause und denen kann ich, wie gesagt, meine Erfahrungen halt, wie ich sie halt erlebt habe und auch die Erfahrungen, die ich auch jetzt gemacht habe, weil ich habe mich ja auch dementsprechend weiterentwickelt. Also ich habe mehr, viel, viel mehr Bewusstsein für Beweglichkeit, Bewegung, also was anderes halt. Also alltägliche Bewegung. Genau, die alltäglichen Bewegungen und wie wichtig es ist, beweglich zu sein. Also auch wir sind halt sehr, sehr unbeweglich, also viele Menschen. Und dementsprechend haben wir dann halt Verkürzungen oder halt Beschwerden und. Wegen unserer modernen. Ja, definitiv. Definitiv. Lifestyle. Lifestyle, genau. Hier Handy und PC und so. Genau, genau. Handy, Nacken. Ganz viel. Ja, nicht nur Nacken, auch zu wenig Bewegung, Übergewicht, es gibt Skeletterkrankungen, die ganzen Themen, die in der Gesundheitsbranche so aktuell sind, haben ganz, ganz viel. Aber seid ihr Menschen, die unbeweglich werden können? Oder habt ihr einfach schon dieses Mindset, dass euch das schon... Jeder kann unbeweglich werden, glaube ich. Ja, aber du weißt, was ich meine, ne? Also, dass euch quasi eure, eure, euer Mindset dran hindert in so ein Schema. Ich glaube schon, wenn du so fragst, ist das genau das, was ich auch noch mitgeben möchte, so auf dem Weg letzten Endes, dass ich, seitdem ich kein Leistungssportler mehr bin, gesundheitlich und körperlich fit so bin, wie nie zuvor. Also, du hast es schon angesprochen mit diesem Experten-Dasein. Wenn du ein Experte in einem Gebiet bist, dann fällt irgendwas hinten rüber. Also, du bist immer, wenn du Experte auf einem Gebiet bist und wenn man das jetzt so nennen möchte, dass wir Experten in unserer Sportart waren, dann sind wir auch immer Schüler oder Studenten in einer anderen Kategorie oder in einem anderen Bereich. Und das zu, ja, sich dessen bewusst zu sein, ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Weil sonst hast du auch dieses Phänomen so von oben herab und das ist wieder nicht gut. Auch im Trainergeschäft ist das häufig so, dass da eben auch oft diese Machtpositionen irgendwie genutzt werden, um irgendwie von oben herab oder so. Das ist aber sowas, wo ich sage, du kannst ein guter Trainer sein, aber vielleicht hast du in der Kommunikation oder in der Motivation oder so noch Potenzial und ja, sich da auch bewusst zu sein. Vielleicht hast du kleine Hände. Vielleicht hast du kleine Hände, genau. Kann auch sein. Ja, aber letzten Endes ist das so das. Nicht mehr nur Basketball und das war auch bei mir der Grund, warum ich nicht in dieses Trainergeschäft im Basketball gegangen bin, weil ich halt über zehn Jahre im Basketballleistungssport aktiv war. Das heißt, ich war mindestens fünf, sechs Mal die Woche in der Halle und habe dann gesagt, ich bin froh, dass es jetzt nicht mehr so ist und dass ich mal wieder auch mehr Zeit für andere Dinge nutzen kann. Und deswegen bin ich im Trainer oder Coachinggeschäft unterwegs, aber eher so ganzheitlich, gesundheitlich als im Basketball spezifisch. Du hast mir erzählt, dass du ja auch in Fitnessstudios Kurse leitest, ne? Genau. Also ich habe ja jetzt dieses Jahr angefangen, halt auch im gesundheitsorientierten Fitnessstudio bei uns zu arbeiten und mich da auch wieder weiterzuentwickeln und auch halt Kurse zu geben. Also ich habe die Ehre auch da Kurse zu geben und da halt auch wieder meine Erfahrung und mein Wissen, was ich mir angeeignet habe, halt auch weiterzugeben. Und ich merke aber auch immer wieder, dass ich halt noch so diesen, ja, diesen Leistungsmensch in mir habe, dass ich halt auch möchte, dass die mit mir… Du quälst die Leute quasi. Nein. Nein. Habe ich dich erwischt? Im gesundheitsorientierten Fitnessstudio. Ja, genau. Nein, also auch nicht quälen, aber ich möchte denen auch was weitergeben. Ja, ja, Muskelkater. Genau, ich möchte nicht mit denen halt nur diesen Kurs machen, sondern ich möchte denen auch für das alltägliche Leben auch was weitergeben, weil ich habe ja, wie gesagt, verschiedene Altersgruppen, also von jung bis alt. Was Nachhaltiges. Was Nachhaltiges, genau. Für den Alltag. Ihnen halt wirklich, wie gesagt, also wir haben uns sehr mit dem Thema Beweglichkeit beschäftigt, dass es halt auch sehr, sehr wichtig ist, halt so die Graustufe zu haben, also nicht nur Muskelmasse aufzubauen, sondern halt auch dementsprechend beweglich zu sein. Und das möchte ich halt nicht nur jung, sondern auch den Älteren weitergeben. Also ich habe auch wirklich bis zu 80, 85-Jährige da, die halt natürlich in ihrem Alter halt ein bisschen unbeweglicher sind, aber trotzdem halt das Interesse haben, da halt nochmal ein Stückchen weiterzugehen. In dem Sinne ist ja quasi euer Know-how Gold wert, weil man muss es... Wenn du es so formulierst, da freuen wir uns natürlich. Nein, nein, ich finde absolut, ich finde absolut, ich finde, es muss nur richtig kommuniziert werden, es muss auf die richtige Bühne, aber ich finde, es ist Gold wert, denn wer von uns Otto-Normalbürgern war Leistungssportler und kann da aus diesem Wissenstopf schöpfen, ne? Also das könnt ihr... Ja, du hast halt sehr, sehr viele Übungen und sehr viele verschiedene Trainer und so in deiner Laufbahn mitbekommen und da schon sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln können, die andere vielleicht jetzt nicht haben, die einfach nur Schule gemacht haben und danach irgendwie einen Trainerschein machen oder so, das habe ich auch gemacht. Ich habe auch als Fitnesstrainer gearbeitet, eine Zeit lang. Also ich hätte mehr Vertrauen jetzt von euch trainiert zu werden, als von irgendeinem, der es jetzt einfach nur aus Büchern kennt, sage ich jetzt. Das ist ja schon auch so genau, dass du letzten Endes auch durch die Praxiserfahrung am besten lernst, ja? Also nur wenn du etwas liest oder nehmen wir den Führerschein als Vergleich, ja? Nur wenn du deinen Führerschein hast, kannst du noch kein Auto fahren, sondern du kannst erst gut Auto fahren, wenn du halt ein paar Jahre Praxis hast, ein paar Jahre Auto gefahren bist, dann wirst du irgendwann vielleicht ein guter Autofahrer, vielleicht auch nicht, aber die Lizenz macht dich nicht zum guten Autofahrer und das ist letzten Endes ja in Deutschland auch so ein Thema, dass immer alle so auf die Lizenzen und auf die Ausbildung und so weiter schauen, aber das nicht unbedingt immer ein Zeichen dafür ist, dass jemand auch gut ist in dem, was er macht. Du hast es bei der Fotografie eben auch schon angesprochen, ein ähnliches Bild. Ja, und da ist halt so die Erfahrung, die Praxiserfahrung aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig und auch eine gute Sache. Also du machst ja mit deinem Daddy, hast du ja eine Firma. Ja, genau. Und was macht ihr da genau? Mein Vater ist ehemaliger Polizist und macht eher so Kommunikations-Deeskalationstrainings, sowas in diese Richtung. Also Workshops? Workshops, genau. So Seminare. Für wen? Für die Unfallkasse hauptsächlich. Aber auch für Unternehmen, also frei am Markt eigentlich. Ja, ja. Und bei mir ist halt eher so das Gesundheitsthema. Also Ergonomie-Themen habe ich sehr, sehr viel. Ja, also wie halte ich mich am Arbeitsplatz richtig? Also wie sitzt man richtig? Ja, sitzen, wenn du einen sitzenden Arbeitsplatz hast. Es gibt aber auch Leute, die in der Produktion zum Beispiel arbeiten oder Handwerker oder fahrende Tätigkeiten. Also es ist auch wieder ein sehr großes Feld, wo du wieder sehr individuell schauen musst, was hast du überhaupt da und wie gehst du dann damit um? Erst mal eine Analyse zu machen und dann aber auch eine Beratung im Anschluss. Und vielleicht auch noch eine Schulung der Mitarbeiter sind so die Sachen. Das ist auch ein sehr, sehr komplexes und individuelles Thema, aber auch was, was mir deswegen sehr, sehr gut gefällt, weil du halt auch immer wieder vor neue Aufgaben oder Herausforderungen gestellt wirst. Ist abwechslungsreich. Ist abwechslungsreich. Und das ist letzten Endes auch das, was mir da sehr, sehr viel Spaß macht und mich auch meine Selbstständigkeit sehr feiert bisher. Auch wenn Corona natürlich für mich jetzt auch nicht unbedingt gute Indikaten gespielt hat oder dass es irgendwie eine positive Entwicklung war, weil super viele Präsenzaufträge halt abgesagt wurden und das ganze Geschäft jetzt auch eher so Richtung digital geht. Was bei so Workshops und zwischenmenschlichen Themen immer ein bisschen schwierig ist, weil gerade wenn die Leute dann keine Kamera haben oder das Mikrofon nicht funktioniert oder so, dann bist du halt eher so der Alleinunterhalter. Also für die Leute, die das gerade nicht kapieren, also das heißt, ihr würdet dann zum Beispiel über Skype oder über Zoom mit den Leuten kommunizieren und denen sagen, du musst dich so hinstellen, du musst das machen. Genau, das geht auch, wenn du halt eine gewisse Gruppengröße nicht überschreitest und wie gesagt die technischen Voraussetzungen hast, aber das ist ja was, was nicht in jedem Bereich, sag ich mal, gegeben ist. Und wenn du halt das nicht hast, dann ist es oft so, dass du halt, ich habe jetzt Webinare, wo 250 Teilnehmer kommen und das geht 90 Minuten und ich rede 90 Minuten und zeige eine Präsentation und die haben alle zu oder eben auch nicht. Weiß ich nicht, weil ich sehe sie nicht. Und das ist für mich auch wieder so zu wenig nachhaltig oder irgendwie langfristig. Das ist zu passiv. Das ist zu passiv auch. So diese Interaktion und dieses zwischenmenschliche ist halt genau das, warum ich diesen Beruf gerne mache und das geht jetzt leider gerade aktuell so ein bisschen verloren beziehungsweise gucke ich jetzt auch gerade, ja, dass ich mein Geschäftsmodell, mein Konzept oder unser Konzept da auch so ein bisschen anpasse und gucke, dass ich irgendwas finde, wo diese Interaktion trotz dieser digitalen Geschichte irgendwo da ist. Und das Podcast natürlich ein Thema, was ganz interessant ist, warum ich auf jeden Fall auch dabei sein wollte heute. Der Podcast, der ist ja natürlich gut, um, sag ich mal, die Message rauszubringen, um darauf aufmerksam zu machen, was du machst oder was ihr macht. Aber letztendlich müsst ihr ja gucken, was ihr in euren Bereichen ändert, um dann halt auch mit der neuen Situation weiter umgehen zu können. Also bei dir kann ich mir schwierig vorstellen, gerade wenn du jetzt in ein Fitnessstudio gehst und wir haben jetzt zurzeit Lockdown 2.0, alles ist wieder dicht. Was machst du weiter? Machst du die Kurse dann irgendwie über Instagram oder? Also wir machen die Kurse hauptsächlich über Zoom. Also das heißt, alle, die jetzt in dem Studio angemeldet sind, haben Zugang dazu? Also das wurde jetzt erst neu gemacht. Also in der Leitathletik haben wir das ja schon eine Zeit lang, dass wir das im Kurs über Zoom geben. Also sind natürlich jetzt, ist jetzt kein Training, was man halt so draußen halt kennt, wie Tempoläufe oder andere Läufe Sprints. Die kannst du natürlich im Zimmer nicht machen, aber so Stabilisationsübungen oder wie gesagt Beweglichkeit, was halt meistens zu kurz kommt, kann ich dann da halt intensiver machen. Also auch mit einer kleinen Gruppe, weil je mehr Leute, desto... Das wird dann unübersichtlich. Genau, unübersichtlich. Die Qualität leidet darunter. Und ich habe halt Gott sei Dank eine kleine Gruppe von 15 Leuten und denen ich halt dann auch wieder gesagt, also meine Erfahrungen, also viel mit Beweglichkeit, Stabilisationsübungen, wo wir halt normal im Training halt ein bisschen reduzieren. So kann ich das halt wirklich intensiver mit denen ausüben und halt wirklich speziell an diesen Dingen halt arbeiten. Also was halt an Beweglichkeit halt wirklich fehlt. In gewisser Weise macht ihr ja was Ähnliches. In gewisser Weise verkauft ihr euer Know-how, schafft dadurch auch eine Besserung. Es ist was Positives. Ihr habt aber das Handicap, was jetzt Corona beispielsweise angeht. Es kann aber auch sein, dass das ein Vorteil ist, je nachdem, wie ihr euch aufstellt, meiner Meinung. Also das Fitnesscenter hat jetzt dicht. Die Leute sind ja dann auch irgendwo drauf angewiesen, weil sie ja auch vor verschlossenen Türen stehen, Fitnesscenter-technisch. Die Alternativen sind halt nicht mehr da. Genau, die Alternativen. Also entweder den Zoom-Workshop machen oder halt gar nichts. Genau, also entweder machen sie gar nichts. Die meisten holen sich dann irgendwie eine Handelbank oder was weiß ich jetzt. Also die Sachen, die sind ja meistens ausverkauft momentan. Und also nach meinem Bauchgefühl, ich will es natürlich nicht hoffen, dass sich die Corona-Lage so manifestiert, auch wenn es kleinere Gruppen ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr später sogar ein höheres Honorar dafür nehmen könnt, weil die Menschen halt darauf angewiesen sind, weil alles andere dicht ist. Und das gerade dann von so qualifizierten Menschen wie euch beiden. Also sagst du jetzt digitale Workshops mal vorbereiten und dann in Folge ein paar Termine nennen, wo die Leute sich bewerben können. Auf jeden Fall. Also ich finde, das solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Und wie gesagt, ob das jetzt mit Corona noch länger so bleibt oder nicht, das kann man immer nebenbei machen. Und auch wenn du jetzt dein Studio wechselst oder wenn du sagst, ich habe gar keine Lust mehr, so direkten Kontakt mit den Leuten zu haben, du kannst ja auch Leute erreichen, die ganz woanders sind. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist es halt trotzdem immer noch festzuhalten, dass du halt dann letzten Endes immer noch vor deinem Bildschirm sitzt oder vor deinem Computer sitzt oder stehst und mit dir allein bist. Und du siehst halt die anderen zwar auf dem Bildschirm, aber das ist ja genau die Entwicklung, wo ich eigentlich als Gesundheitsmanager von weg möchte. Ich sage, wir sitzen viel zu viel vor dem Bildschirm, die Kinder können nicht mehr rückwärts laufen, weil sie halt die koordinativen Fähigkeiten nicht mehr haben, weil sie eben nicht mehr auf dem Baum klettern oder rausgehen zum Spielen, sondern nur noch mit Smartphone und iPhone beschäftigt sind. Aber ich denke mal, es geht viel in die Richtung und das Wichtige ist ja, dass ihr den Leuten zumindest das Programm erklärt und denen vielleicht auch interaktiv zeigt, so machst du das und so machst du das nicht. Einmal einen Workshop anbieten über einen halben Tag, zwei, drei Stunden oder so, wird nicht dazu führen, dass sich Leute wirklich verändern und Sachen umsetzen können, sondern da brauchst du halt schon eine gewisse Zeit, wo du Leute mit freust. Aber wie viele Leute hast du auch, die ins Fitnessstudio gehen, die über zehn Jahre ins Fitnessstudio gehen, die immer noch gleich aussehen? Ja, aber es hat auch wieder damit zu tun, mit was machen die dann im Fitnessstudio letzten Endes, wie sieht das Trainingsprogramm aus? Wie intensiv ist das? Wie abwechslungsreich ist das? Wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehe, Fitnesscenter ist zu und ich möchte mich verändern und ich möchte auch dafür Geld bezahlen und ich habe da meinen Personal Trainer, den ich dann über Skype quasi buchen kann, dann würde ich das machen. Ich habe jetzt Webinare aktuell. Also wie gesagt, das sind dann oft Sachen, die von Auftraggebern kommen, wo ich also jetzt nicht selber das Ganze organisiere, sondern eher in einem bestimmten Themenbereich angefragt bekomme, Lenny, hast du da und da Zeit? Wie anderthalb Stunden was über Ergonomie zu erzählen oder über Heben und Tragen oder über Bewegung, Beweglichkeit, so verschiedenste Themenbereiche. Leute, ihr müsst euch unbedingt mit Leuten zusammensetzen, die euch eine anständige Website machen oder eine App machen. Ja, das ist halt genau das, wo ich selber halt auch wenig Experte bin. Wir haben schon drüber gesprochen, Experte auf einem Gebiet. Das musst du nicht selber können. Das ist nicht unbedingt so meinst. Leute, wer jetzt zuschaut und sowas kann, eine App oder eine Website, setzt euch in Verbindung und ich meine, es kostet natürlich Geld, man bezahlt auch gerne dafür, es muss natürlich nachher funktionieren. Wir können ja auch anbieten, ein Fitnessprogramm für diejenigen zu entwickeln, die uns weiterhelfen. Oder so, oder so, Leute. Oder so, oder so. Also wenn ihr Interesse habt, genau, gesünder zu werden, fit zu werden, könnte das ja auch was sein, wo ihr von unserem Know-how profitiert. Auf jeden Fall. Du machst ja auch Yoga, oder mach dich zusammen, ne? Ja, ich hab das mal mitgemacht, aber ich bin da auch so, dass ich sage, ich hab jetzt über 10 Jahre Leistungssport gemacht und viele Sachen kennengelernt, deswegen bin ich immer so, ich mag es nicht gerne, irgendwie so ein komplettes Programm zu folgen, sondern ich mach gerne mein eigenes Programm. Okay. Weißt du, also. Du nimmst dir das und veränderst das so auf deine Weise. Genau, ich hab so ein paar Übungen aus dem Yoga, die ich richtig gut finde und die auch in meinem Trainingsprogramm jetzt in meinem täglichen oder regelmäßigen mit drin sind, aber ich nenne es jetzt nicht Yoga, sondern es ist halt für mich einfach ein Beweglichkeitstraining oder so, wo Yoga-Übungen dabei sind. Ja, keine Ahnung. Verschiedene neue Trends, Pilates, Yoga. Letzten Endes, ja, Beweglichkeitstraining finde ich viel passender, weil da sind halt verschiedenste Elemente aus verschiedensten Sachen mit dabei und genau. So sehe ich das auch. Also gut, ich hab jetzt mit Yoga halt am Leistungssport schon angefangen gehabt. Wir hatten damals eine Yoga-Trainerin, die einmal in die Woche gekommen ist und da hab ich das halt so kennengelernt und ich beschäftige mich schon ein bisschen intensiver mit Yoga auf jeden Fall, weil auch generell die Position finde ich halt ... Ja, ich hab schon gesehen auf Instagram, du bist ja echt heftig. Ja. Ich verstehe gar nicht, du müsstest eigentlich viel größere Audience haben. Also bei dem, was du da machst. Oder, Lenny? Ja, ich denke ... Was ist los? Auf jeden Fall, da frage ich mich auch, aber es hat immer ganz, ganz viel auch mit regelmäßigen Posting zu tun und mit Vermarkten und so weiter. Ja, aber was ich gesehen habe, ist schon heftig. Du musst halt auch Content liefern und regelmäßig posten und so und Interaktionen machen und so. Also ich werde die beiden auf jeden Fall verlinken, Gerne, gerne. Also einmal hier deine Firma mit deinem Daddy. Die verlinken wir unten. Wie heißt die Firma? Gesund bleiben GbR. Gesund bleiben GbR. Was für ein schöner Name. Was könnt ihr noch abschließend den Zuschauern, Zuhörern mit auf den Weg geben? Bleibt gesund, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Definitiv. Gerade passend zum Unternehmen, was ich Ende 19 gegründet habe. Probiert euch auf die positiven Sachen zu fokussieren. Es gibt immer zwei Seiten. Es kommt aber immer darauf an, wie ich mich entscheide, darauf zu schauen, durch welche Perspektive. Bleibe ich am Boden oder stehe ich auf? So sieht es aus. Immer wieder aufstehen, immer wieder weitermachen, positiv bleiben, das Beste draus machen. Was fällt dir noch ein? Das kannst du noch hinzufügen. Der Weg ist das Ziel, ne? Der Weg ist das Ziel. Genau. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Dass man halt wirklich schaut, nicht nur eine Richtung, sondern auch mal links und rechts schaut. Hauptsache halt den Spaß dabei zu haben und nicht einzufahren, sondern wirklich immer wieder was Neues auszuprobieren, neue Erfahrungen zu sammeln. Und auch im Hier und Jetzt zu sein. Das ist auch, glaube ich, was aus dem Yoga, was man ganz gut mitnehmen kann. Du bist einfach auf deiner Yogamatte und du machst einfach mal eine Atemübung oder so. Das heißt, du bist jetzt im Hier und Jetzt. Und das ist halt was, was uns auch, glaube ich, häufig fehlt. Wir sind oft in der Vergangenheit, denken drüber nach, oder in der Zukunft, wo will ich hin, was muss ich erreichen, was sind meine nächsten Schritte. Und einfach mal so dieses im Hier und Jetzt sein, Sachen mal bewusst wahrnehmen, in der Natur draußen, im Wald. Würde, glaube ich, vielen helfen schon, um auch ein bisschen glücklicher durchs Leben zu gehen. Ja, vielleicht können wir mal demnächst wieder was machen, wenn ihr dann schon ein Workshop stehen habt mit einer App oder mit einer Website oder was auch immer. Sehr gerne. Schön, dass ihr da wart. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und also, schön abonnieren und hier die beiden auch abonnieren. Ihr könnt da was lernen. Auch wenn sie jetzt noch nicht so viele Abonnenten haben, es liegt daran, dass sie nicht regelmäßig posten. Aber ihr werdet demnächst regelmäßig posten, ne? Stimmt's? Ja, sicher. Habt ihr jetzt hier vor laufener Kamera. So, und glaubt mir, ihr werdet positive Sachen mitnehmen. Und das ist es, was uns fehlt heutzutage. Positives. Negatives gibt's genug. Wir brauchen Positives und es kommt aus uns heraus. Und wir müssen uns gegenseitig anstecken. Und ich bin schon angesteckt worden. Und es ist schon in euch drin, auf jeden Fall. Es ist schon in euch drin, ne? Genau, richtig. Dann muss ich nur raus machen. Sauber. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.